Der 98-jährige Dick Van Dyck schlägt zurück Erfahrene Schauspieler schockt Prinz Harry mit Stockangriff Eine überraschende Konfrontation auf dem Hollywood-Work-of-Film. Es sollte ein feierlicher Tag für den legendären Schauspieler Dick Van Dyck werden, als er seine Hand- und Fußabdrücke dem legendären Hollywood-Work-of-Film hinzufügte. Fans und Zuschauer versammelten sich, um mitzuerleben, wie die 98-jährige Ikone sein Vermächtnis festigte, doch das Ereignis nahm eine unerwartete und dramatische Wendung. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für weitere Updates. Als Van Dyck sich der Bühne der Zeremonie näherte, wurde er berichtend zufolge von einem sichtlich aufgeregten Prinz Harry begrüßt, der ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen hatte. Augenzeugen behaupten, dass das britische Königshaus begann, den über 100 Jahre alten Schauspieler anzuschreien und ihn als sterbenden alten Z-Lister zu bezeichnen. Die Provokation erwies sich als zu viel für den bekanntermaßen umgänglichen Van Dyck, der ohne zu zögern nach seinem treuen hölzernen Spazierstock griff und einen gewaltigen Schwung ausführte, der ihm aus mehreren Metern Entfernung einen lauten Schlag gegen die Schulter von Prinz Harry verpasste. Die Menge brach ein schockiertes Keuchen aus, und das Sicherheitspersonal eilte schnell zum Eingreifen, trennte die beiden Männer und begleitete Prinz Harry vom Tatort. Van Dyck ließ sich von der Konfrontation nicht beeindrucken und zementierte in aller Ruhe seine Hand- und Fußabdrücke, sehr zur Freude der jubelnden Zuschauer. Ein vermächtnisvoller Effekt Haschere und Widerstandsfähigkeit. Dick Van Dycks Karriere erstreckt sich über sieben Jahrzehnte und er wird seit langem als einer der vielseitigsten und beliebtesten Künstler in der Geschichte Hollywoods gefeiert. Von seiner legendären Rolle als Sean Steinfegerbert im Filmklassiker Mary Poppins bis zu seiner Hauptrolle in der beliebten Sitcom The Dick Van Dycks Show hat der 90-jährige Schauspieler das Publikum mit seinem ansteckenden Charme, seinem tadellosen komödiantischen Timing und seiner beispiellosen körperlichen Leistungsfähigkeit in seinen Bann gezogen. Selbst im beeindruckenden Alter von 98 Jahren trotzt Van Dyck weiterhin den Erwartungen und bricht mit den mit dem Alter verbundenen Stereotypen. Sein Auftritt bei der Hollywood-Work-of-Film-Zeremonie war ein Beweis für seine anhaltende Vitalität und Leidenschaft für sein Handwerk, als er anmutig über die Bühne schritt und begeistert mit seinen begeisterten Fans interagierte. Die unerwartete Konfrontation mit Prinz Harry warf jedoch ein Schlaglicht auf eine andere Seite des erfahrenen Schauspielers, der sein Erbe aufs Schärfste schützt und nicht bereit ist, Respektlosigkeit zu dulden, selbst von einem Mitglied der britischen Königsfamilie. Die Hintergrundgeschichte, eine sich zusammenbräunde Fede. Die Wurzeln der Feinseligkeit zwischen Dick Van Dyck und Prinz Harry reichen zurück bis ins Frühjahr, als der 38-jährige Reul in einem Interview kontroverse Bemerkungen über den Zustand der Unterhaltungsindustrie machte. Zu viele Abgehalftert und Z-Bummis besetzen das Rampenlicht und klammern sich verzweifelt an ihre Relevanz, hatte Prinz Harry in einem offensichtlichen Seitenheb auf alternde Schauspieler und Darsteller erklärt. Es ist Zeit für eine neue Generation von Talenten, die Bühne zu betreten. Die Bemerkungen wurden weiterhin als kaum verhüllter Angriff auf Leute wie Van Dyck interpretiert, der trotz seines fortgeschrittenen Alters das Publikum weiterhin mit seinem anhaltenden Talent und seiner Showmanier fesselt. Im Anschluss an das Interview reagierte der 98-jährige Schauspieler in den sozialen Medien und postete eine trotzige Nachricht mit dem Inhalt, »Ich bin vielleicht alt, aber ich gehe nirgendwo hin.« »Hollywood wird mir diesen Gehstock aus meinen kalten, toten Händen reißen müssen.« Der Schlagabtausch schien die Bühne für die Konfrontation bei der Zeremonie auf dem Hollywood-Work-of-Film zu bereiten, bei der dies wählenden Spannungen zwischen den beiden Männern schließlich überkochten. Die Folgen, Reaktionen und Konsequenzen Der Vorfall ging schnell viral, und das Video, in dem Van Dyck Prinz Harry mit seinem Gehstock schlägt, wurde in den sozialen Medien weit verbreitet. Die Reaktionen waren weitgehend geteilt, einige lobten den feurigen Geist des erfahrenen Schauspielers und seine Verteidigung seines Vermächtnisses, während andere seine Handlungen als inakzeptablen Angriff auf ein Mitglied der königlichen Familie verurteilten. Die britische Königsfamilie veröffentlichte eine Erklärung, in der sie ihre tiefe Besorgnis über den Vorfall zum Ausdruck brachte und eine umfassende Untersuchung der Angelegenheit forderte. Prinz Harry seinerseits hat sich zu dem Thema nicht geäußert, obwohl Quellen aus dem Umfeld des Königshauses andeuten, dass er von der Auseinandersetzung zutiefst erschüttert ist. Für Dick van Dyck hat die Konfrontation nur dazu gedient, seinen Ruf als geradlinige, kompromisslose Ikone zu stärken, die sich von der wahrgenommenen Arroganz der jüngeren Generation nicht einschüchtern lässt. In den Tagen nach dem Vorfall wurde der Schauspieler mit Unterstützungsbotschaften von Fans und anderen Entertainern überschwemmt, von denen viele sein unerschütterliches Engagement für die Bewahrung des Erbers des goldenen Zeitalters Hollywoods lobten. Ein nachhaltiger Einfluss Der dramatische Showdown zwischen Dick van Dyck und Prinz Harry hat zweifellos einen nachhaltigen Einfluss auf die Unterhaltungslandschaft hinterlassen. Der Vorfall hat Diskussionen über den Respekt und die Ehrerbietung, die erfahrenen Künstlern geschuldet sind, sowie über die oft wankelmütige Natur von Ruhm und Bedeutung in der modernen Zeit neu entfacht. Für Dick van Dyck hat die Konfrontation lediglich dazu gedient, seinen Status als lebende Legende zu festigen, als Künstler, dessen Leidenschaft und Hingabe für sein Handwerk im Laufe der Zeit nicht nachgelassen haben. Da er das Publikum weiterhin mit seinem unnachahmlichen Talent und seiner beispiellosen Bühnenpräsenz fesselt, ist der 98-jährige Schauspieler zu einem Symbol der Widerstandskraft und der beständigen Kraft des menschlichen Geistes geworden. Ob der Vorfall dauerhaft die Konsequenzen für Prinz Harry und sein öffentliches Image haben wird, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher, Dick van Dycks trotziger Schlag mit seinem Spazierstock wird für immer als ein entscheidender Moment in der geschichtsträchtigen Karriere einer der beliebtesten Ikonen Hollywoods in Erinnerung bleiben.